Viele Menschen haben seit Jahren D-Mark Münzen bei sich zuhause. Aber sind die Münzen inzwischen was wert? Darüber spreche ich jetzt mit dem Münzexperten Hubert Russ. Herr Russ, kommen oft Menschen mit D-Mark Münzen zu Ihnen? Ja, erstaunlich oft kommen noch Menschen mit D-Mark Münzen zu uns. Es scheint also noch sehr viele D-Mark Münzen im Umlauf zu geben oder daheim zu geben. Alle kommen natürlich in der Hoffnung, dass sie eine der großen Raritäten haben. Die meisten müssen wir leider enttäuschen. Was sind denn die großen Raritäten unter den D-Mark Münzen noch? Also wir unterscheiden zwischen den Kursmünzen und den Gedenkprägungen. Bei den Kursmünzen gibt es eigentlich nur vier. Das wäre das berühmte 5-Mark-Stück 1958 mit dem Buchstaben J, der alte Silberadler. Das Stück ist eigentlich nur mit dieser Kombination 1958 und J interessant. Alle anderen sind nicht interessant. Wie viel Wert ist denn dieses Geldstück? Das ist jetzt stark abhängig von der Qualität. Wir haben ja verschiedene Erhaltungsstufen. In der schwächsten Erhaltungsstufe, sehr schön, bekommt der Kunde so ab 150 Euro aufwärts. In der besten Qualität politischer Platte kostet sowas auch schon mal 3-4.000 Euro. Was ist denn das Besondere an dieser Münze, dass sie so wertvoll ist? Einfach die geringe Auflagenzahl. Das wurde 1958 in der Münzstelle J, also in Hamburg, geprägt in geringer Zahl. Und geringe Zahlen reizen natürlich die Sammler verstärkt zum Sammeln dieser Sachen. Welche Münze gibt es noch? Was viele Leute auch meinen zu haben, ist das berühmte 50 Pfennigstück 1950 mit der Umschrift Bank Deutscher Länder. Zum Hintergrund, es gab 1950 eine Umstellung von der Umschrift auf der Rückseite Bank Deutscher Länder auf Bundesrepublik Deutschland. Und in der Münchner DG, also in Karlsruhe, wurden versehentlich Stücke mit der alten Rückseite weitergeprägt und im Jahr 1950 was nicht hätte sein dürfen. Das sind also einige wenige hundert Stücke, die da geprägt worden sind, die im Umlauf sind. Viele Kunden bringen uns ihre ganzen 50 Pfennigstücke Bank Deutscher Länder. Die meisten sind leider nur 1949 und die sind genau 50 Pfennig wert. Und die berühmte Rückseite ist was? Also es geht eigentlich nur um die Umschrift Bank Deutscher Länder und die Jahreszahl 1950. Nur in dieser Kombination sind die 50 Pfennigstücke besser. Und wenn ich so eine Münze habe, wie viel ist sie dann wert? Auch da spielt wieder die Erhaltung eine Rolle. Von der Umlauferhaltung angefangen ungefähr ab 80 Euro aufwärts kann man dafür bekommen im Handel. Je besser die Qualität ist, desto höher natürlich auch der Preis, der zu erzielen ist. Qualität ist dann zum Beispiel, wie stark die Oberfläche beschädigt ist? Wie lange die Münze umgelaufen ist und durch den Umlauf eben Abnutzungsspuren hat, wie stark sie beschädigt ist. Ob sie berieben geputzt worden ist, irgendwann mal getaucht worden ist, all das spielt dabei eine Rolle. Gibt es noch weitere Münzen? Es gibt noch ein kleines 2-Mark-Stück mit Ehren, sagen die Sammler dazu. Das ist genauso groß gewesen wie das 1-Mark-Stück, nur mit der Wertzahl eben 2. Das gab es nur im Jahr 1951. Das wurde sehr schnell außer Kurs gesetzt, weil es immer mit dem 1-Mark-Stück verwechselt worden ist. Wie viel ist diese 2-Mark-Münze wert? Also das 2-Mark-Stück mit Ehren ist abhängig von der Erhaltung auch hier in der schlechtesten Qualität so 5 bis 10 Euro pro Stück wert. Je besser die Qualität der Erhaltungszustand ist, desto teurer wird das Stück natürlich. Gibt es noch eine weitere Münze? Ja, es gibt zwei kleine 2-Pfennigstücke, die noch sehr interessant sind, auch für Sammler. Es handelt sich um das 2-Pfennigstück 1967 G und das 2-Pfennigstück 1969 J. Beide haben natürlich eine Besonderheit. Das 2-Pfennigstück 1967 ist magnetisch. Das heißt, wenn man einen Magneten hinhält, springt es einen Magneten hin. Das 2-Pfennigstück 1969 ist nicht magnetisch. Das heißt also, es reagiert nicht auf den Magneten. Aha, und der Grund ist, dass es so einen Wechsel gab? Es gab in dieser Zeit einen Wechsel beim sogenannten Schrödling, das heißt beim Rohling. Das erste Stück hätte eigentlich aus reinem Kupfer sein sollen, also nicht magnetisch. Hatte aber einen Stahlkern, weshalb es auf den Magneten reagiert. Das 2. Stück hätte magnetisch sein sollen mit Stahlkern, ist aber versehentlich aus Kupfer geprägt worden. Und deshalb reagiert es nicht auf den Schrödling, auf den Magneten. Und wie viel Wert sind diese 2-Pfennigstücke? Auch hier wieder, abhängig von der Erhaltung, ungefähr ab 1.000 Euro aufwärts. 1.000 Euro? Ja. Wahnsinn. Was mache ich denn, wenn ich so ein Geldstück irgendwie in meinem Keller finde oder wo auch immer? Also ich würde es zunächst mal beim Experten begutachten lassen, ob alles mit dem Stück in Ordnung ist, ob es auch wirklich das Stück ist. Weil es gibt natürlich auch die normalen 2-Pfennigstücke 1967 und 1969 mit den normalen Voraussetzungen. Und dann würde ich empfehlen, solche Stücke über eine Auktion zu verwerten, weil das für mich die beste Plattform ist und solche Sammlermünzen auch wirklich bestmöglich zu verkaufen. Also, ihr habt es gehört. Schaut in euren alten Münzen nach, in euren alten D-Mark Münzen. Womöglich ist sogar ein 2-Pfennigstück darunter, das 1.000 Euro wert sein kann. Und das ist ja auch ein 2-Pfennigstück. Und dann, wenn hier auch ein 3-Pfennigstück vor ben! Vielen Dank.